Willkommen zurück zu Yoshi's Island, Welt 3, 4. Hoffentlich geht es in diesem Part ein bisschen chilliger zu. Hm, ansonsten... Weiß ich nicht, wie das Letztplay noch enden soll. Achso, stimmt. Stimmt, Erinnerungen. Macht sie von hinten platt. Bäm, auch mal mein gelbes Ei verwenden. Hm, okay. Hier könnte ich was aktivieren. Okay. Hm. Frag mich, was es macht. Ach, nur das. Ja, okay. Das ist noch in Ordnung, Sau. Du kommst mal ganz schnell. Fiese Blumen. Das sind Blumen, die uns angreifen wollen. Erkennt man an ihrem leicht veränderten Gesicht? Ich denke, ich muss nicht erwähnen, dass man sie nicht einsammeln kann. Das sind Faker. Okay, hier geht's weiter. Aber was hätten wir denn bitteschön hier? Boah, nicht ihr blöden Fischer. Da dachte ich, ich hätte das ganz skillig gelöst. Okay. Das ist aber eine Blume zum Einsammeln. Ich habe aber leichte Bedenken, dass es vielleicht doch bei der Tür ein Bonus war. Anders als ich gedacht habe. Nämlich, hier geht schon ziemlich viel weiter. Ich muss mich hier schon entscheiden. Nee, ich bin da außer dem reingegangen. Zum Glück kann man auch unendlich wieder hin und zurück. Was ist hier oben? Kommt man da überhaupt hin? So kommt man hin. Das war jetzt gerade ein größerer Leck. Okay, was haben wir hier? Auf jeden Fall ist da oben was. So, dann hätten wir das auch schon mal erkundet. Also, wie ich erwartet habe, ein Bonusraum. Kannst du blöder Fisch? Mal aufhören, da deine Blasenzummen machen. Ich hasse dich. Was mit den Münzen? Da habe ich etwa vergessen. Du bist fies. Du bist fies. Du bist fies. Ja, komm, das hätte ich ja tun sollen. Jetzt mal ganz schnell rüber da. Ich habe schon eine kleine Idee, woher ich mich das hinführen würde. Sie kann ich sicherlich abknallen. Noch eine Münze fehlt. Okay. So. Jetzt gucken, was noch da oben ist. Überall lauern hier viele fiese Secrets. Aber nur ein One-Up. Was ist da oben mit dem One-Hit-Stacheln? Ey, ey, ey. Das fällt dir ein. Was ist meiner Meinung nach etwas zu wenige Sachen? Also, Schritt hier von Rote Münzen und Blumen. Hab ich überhaupt bisher eine einzige Blume gefunden? Hm? Warum habe ich meine Melonenkerne verloren? War das jetzt dann eine Blume? Okay. Moment, aber was war da oben? Okay, ganz normal. Ich dachte im ersten Moment, das wäre so ein Riss in der Wand. Und das gab es ja schon mal. Aber allerdings war es ja nur optional. Okay, da geht es weiter. Mit einem Sternkreis. Bei den Blumen, das ist mir zu wenig. Da muss noch was kommen. Achso. Ich glaube, ich verstehe schon. Ich glaube, der wird die Eier ab. Jetzt habe ich keine mehr. Ich glaube, da fehlen noch zwei Rote Münzen, aber noch drei Blumen. Dann komm her. Langsam gibt der Gas. So, jetzt ein Bereich mit einigen Blumen, bitte. Ich glaube, das hier muss ich aktivieren. Ansonsten wird das da rüberkommen etwas erschwert sein. Jetzt regnet es noch Floppies. Die mich sogar verletzen können. Okay, hier ist eine Blume. Da geht es im Teufel, komme ich da ran. Aber ich habe schon eine kleine Idee. Haha. So geht es. Okay, der Sift trifft uns gleich. Oh, ganz knapp nicht. Was haben wir hier? Einfach nur ein One-Up. Nicht zu... Ich habe Schiss. Ich mache hier ein Savey. Wenn ich jetzt nicht doch im Falle, müsste ich nochmal alles von vorne machen. Eine Blume. Einfach so. Wusste nicht mehr, wo sie sonst die Blumen hin platzieren sollten, oder was? Dann fehlt uns noch. Zwei Münzen, eine Blume. Das wird doch wohl hier noch kommen. Nicht ihr. Nicht du. Nicht du. Nicht du. Hör auf. Okay, dann scheinbar habe ich ein Secret übersehen. Da oben. Da oben. Ich komme nicht mehr zurück. Aber da oben. Irgendwo da oben. Da oben. Ich schneide es euch gleich rein. Schön, dass du vorbeischaust, Yoshi. Bergberg hat noch nicht gefrühstückt. Irgendwas mit meinen Eiern. Okay. Und tot. Okay, noch nicht tot. Aber wir sind in seinem Magen. Ich glaube, ich habe da seinen Schwachpunkt gefunden. Das ist die Gurgel. Ein bisschen in der Luft schnappen. Aber es wird doch wieder mal enger. Und die Farbe ändert sich. Immer rötlicher. Er leidet immer mehr unter inneren Blutungen. Okay, jetzt ist die Farbe komplett raus. Welchen Ausgang haben die jetzt genommen? Das will ich, um ehrlich zu sein, auch gar nicht wissen. Okay, dann schneide ich euch gleich das Secret ein. Und ich bände jetzt schon den Part. Denn wir haben bisher immer gelernt. Wenn ich weitermache, hat er Überlänge. Darum mache ich ihn lieber kurz. Also habe ich jetzt immer nur noch ein Level pro Part. Und diesmal wirklich. Also, Secret kommt gleich. Ich sage aber vorher Tschau, Leute. Ich sage es, Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020